An meiner Seite steht Herr Dr. Stefan Kohlsmann, er ist Geschäftsführer von Profirol Technologies in Bad Düben, dem diesjährigen Gewinner des Best Professional Supplier Awards in der neuen Kategorie Best Professional OEM Werkzeugmaschinen. Herzlichen Glückwunsch! Herr Dr. Kohlsmann, eine neue Kategorie und gleich gewonnen, wie fühlt sich das an? Also gewonnen fühlt sich immer gut an. Neue Kategorie heißt ja, dass erstmals die OEMs selber mit einbezogen sind und ich denke, wir leisten in der Landschaft der Wirtschaft auch einen bedeutenden Beitrag und insofern freuen wir uns natürlich sehr. Welchen Eindruck haben Sie von der Professionalität des Preises, beginnend mit den Fragebögen bis hin zu den Vorortaudits? Ja, die Fragebögen schon alleine waren eine Herausforderung, sie ordentlich zu beantworten. Das Audit war sehr interessant. Wir haben viele Antworten dort eigentlich erst gemeinsam erarbeitet und sind uns manchmal Sachen bewusst geworden, die wir gar nicht so professionell vorbereitet hatten, sondern die wir einfach eigentlich aus dem Gefühl heraus ganz gut gemacht haben. Also es war eine tolle Veranstaltung, auch wenn es zwei Tage Arbeit gekostet hat. Aber hat sich gelohnt. Das freut mich. Als herausragende Fähigkeiten Ihres Unternehmens wurden neben der Technologieführerschaft und Innovationskraft ein Mehrsäulengeschäftsmodell und die hohe Wertschöpfungstiefe genannt. Sehen Sie Ihre Kernkompetenzen damit gut beschrieben? Ja, ganz klares Ja. Das Geschäftsmodell ist das, was unsere Firma ausmacht. Wir sind überzeugt, dass geschäftsmodellorientierte Unternehmen eine bessere Chance haben als produktorientierte Unternehmen. Deswegen pflegen wir dieses Geschäftsmodell. Es bedeutet viel Arbeit, es bedeutet viel Training unserer Mitarbeiter, aber wir leben es mit ganzer Kraft. Insofern ist es richtig beschrieben. Es wurden auch die Chancen bewertet. Hier nannte die Jury neben der Expansion in Wachstumsmärkte die Diversifikation in den Anwendungen und die Substitution von sparnenden Verfahren durch die Umformtechnik. Wie sehr stimmt das mit Ihrer Strategie überein? Ja, wir haben nicht so viele Möglichkeiten zu wachsen. Eines ist eben die Innovation, über Innovation neue Sprünge zu machen. Das zweite sind neue Märkte. Und beides können wir mit der Umformtechnik machen, weil wir, wenn wir etwas ersetzen, wir einen deutlichen Kundennutzen beibringen. Wir müssen ihn nur erfinden und wir müssen ihn in die Welt tragen. Können Sie anderen Maschinenherstellern die Teilnahme am Best Professional Supplier Award empfehlen? Uneingeschränktes Ja. Es hat uns sehr, sehr viel gegeben. Wir haben viel über uns selber gelernt. Und es ist ein toller Benchmark. Und nicht zuletzt lernt man viele tolle Preisträgerfirmen kennen, wo ich sicher bin, dass ich einige von denen besuchen werde. Herr Dr. Stefan Kohlsmann, vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg und viel Freude mit dem Award. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020